Der hybride Krieg ist ein Ereignis, das für die meisten Menschen nicht sichtbar ist. Es ist unter dem Strich ein Kampf, der hinter den Kulissen unter einer Fassade des Friedens geführt wird. Es ist eine sehr effektive Form der Kriegsführung, weil die angegriffene Partei meistens gar nicht weiß, dass sie sich im Kriegszustand befindet. Dazu weiß man nicht, mit wem man sich im Kampf befindet. Das Ziel der hybriden Kriegsführung ist es, die Strukturen eines Landes zu zersetzen, sodass dieses nicht mehr aufstehen kann. Das findet auf mehreren Schlachtfeldern statt, die allesamt von Bedeutung sind und für jeden beobachtbar sind. Wir werden in diesem Video aufzeigen, auf welchen Ebenen Deutschland immer weiter den Bach runter geht. Das sind natürlich nicht alle gesellschaftlichen Felder, aber die wichtigsten. Das Ziel ist es, dass ihr euch fragt, ob all diese Tatsachen einfach nur zufällige Ereignisse sind, die unabhängig voneinander verlaufen oder ob diese Sachverhalte kontrolliert ablaufen. Wir werden euch hier nun einige Sachverhalte präsentieren, die ihr in einen Zusammenhang bringen müsst. Es geht hier vor allem darum, Entwicklungen zu erkennen und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das Schema ist immer das gleiche, welches anhand der Hegel'schen Dialektik erklärt werden kann. Es gibt eine These, eine Antithese und eine Synthese. Im Klartext heißt das, es wird ein Problem erschaffen, die Antwort darauf gegeben und eine staatliche Lösung dafür entwickelt. 1. Demografie Fassen wir hier zunächst einmal die Entwicklungen zusammen. Es wird öffentlich Werbung fürs Verhüten gemacht. Abtreibung ist in weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert. Frauen werden dazu angehalten, Karriere zu machen. Sex wird immer mehr zur Sportart degradiert. Geschlechter werden von vielen als gleich angesehen und Kontaktversuche von Männern werden immer öfter als Belästigung angesehen. Was haben all diese Dinge gemeinsam? Sie halten Menschen davon ab, eine Familie zu gründen. Und tatsächlich, die Geburtenrate in den europäischen Ländern, wo diese Dinge verbreitet sind, ist enorm niedrig. Diese liegt in den meisten europäischen Ländern bei unter 2. Wenn es so also weitergeht, dann stirbt die italienische, französische oder auch deutsche Ethnie bald aus, weil sie sich nicht mehr reproduziert. Darüber hinaus wird Menschen über die hohe Besteuerung der Anreiz genommen, eine Familie zu gründen, sodass es auf Dauer nicht mehr attraktiv ist. Ein Problem, welches natürlich leicht zu lösen wäre, durch Steuersenkung beispielsweise. In der Natur des Menschen liegt es nämlich, eine Familie zu gründen. Das Ganze aus dem einfachen logischen Grund, dass die Familie die kleinste gemeinsame Einheit ist, die durch den Zusammenhalt soziale Risiken abfängt und sowohl für den Mann als auch für die Frau eine Form der Absicherung bedeutet. Hier können Männer und Frauen ihr Potenzial voll ausschöpfen, weil sie hier ihre Stärken zum Wohle aller ausspielen können. Ein Gewinn für alle. Aber anstatt, dass die Politik die Fehlanreize wegnimmt, wird die Lösung auf einer anderen Ebene gesucht. Die Politik versucht dieses Problem durch die sogenannte Replacement Migration auszugleichen. Das ist ein Konzept, das von der UNO herausgearbeitet wurde. Es besagt, dass man die Bevölkerungsstruktur durch Migrationen aus Ländern mit höheren Geburtenraten ausgleicht, um die Altersstruktur aufrecht zu erhalten. Dafür ist dann die sogenannte Ersatzmigration zuständig. Die Länder mit hohen Geburtenraten sind zu allermeist aus dem afrikanischen und arabischen Raum. Es wird also eine multikulturelle Gesellschaft errichtet. Die Gefahr, dass hier Parallelgesellschaften entstehen, ist hoch. Dadurch, dass also der Anreiz, eine Familie zu gründen, immer mehr schwindet, muss man sich also anders absichern. Der Staat übernimmt hier die Verantwortung, zwingt die Menschen in verschiedene Sozialsysteme. Hier zur Erinnerung. Übernimmt der Staat immer mehr Verantwortung, wird ihm auch immer mehr Macht übertragen. Die Kontrolle wird dann also immer gewaltiger. 2. Wirtschaft Durch das Virus wurde das öffentliche Leben weitgehend beendet. Der Schaden, den die Wirtschaft insgesamt davonträgt, wird riesig sein. Viele Unternehmen, die sowieso schon auf wackeligen Beinen standen, werden diese Krise nicht überstehen und pleite gehen. Insbesondere Gastronomie, Unterhaltungsindustrie und Kulturschaffende sind davon betroffen. Hier muss man die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen. Sind die massiven wirtschaftlichen Einschränkungen angemessen, wenn man die Sterberate, die Testgenauigkeit und die Hintergründe der Sterbefälle mit einbezieht? Es ist ausgeschlossen, dass die Politik nicht weiß, dass die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen deutlich schwerwiegender sind als die meisten Auswirkungen der Krankheit. Stattdessen werden Menschen in Panik versetzt, sodass sie sich immer mehr nach einem starken Staat sehen, der ihre Probleme löst. Als Antwort darauf schlägt die Politik immer mehr planwirtschaftliche Methoden vor. Diese sorgen dafür, dass die Menschen vom Staat abhängig gemacht werden, was dazu führt, dass der Staat auch hier immer mächtiger wird. 3. Klimaschutz Das, was heutzutage unter Klimaschutz verstanden wird, steht dem, was bisher von den Grünen gefordert wurde, komplett konträr gegenüber, nämlich dem Umweltschutz. Um das zu erklären. Es wird ja immer gefordert, man müsste sofort auf erneuerbare Energien wechseln, um das Klima zu retten. Schauen wir uns mal an, was erneuerbare Energien nach sich ziehen. Sie zerstören die Natur, töten zahlreiche Tiere, entwerten nahegelegene Immobilien, sind in vielen deutschen Regionen sinnlos, weil hier die Windstärke nicht ausreicht und zudem kann der Strom nicht in angemessener Größe gespeichert werden. Letzteres kann zu Engpässen in der Stromversorgung führen, da Windkrafträder nicht einmal ansatzweise die gleichen Kapazitäten wie Atom- oder Kohlestrom haben. Dazu wird für die Entwicklung erneuerbarer Energien ein großes Maß an fossiler Energie benötigt, sodass es unter dem Strich nicht nur ineffizienter ist, sondern auch nicht einmal nennenswert bessere Emissionswerte zur Folge hat. Während man in Deutschland also fälschlicherweise glaubt, dass man mit gutem Beispiel vorangeht und die Welt rettet, baut die ganze Welt weiter fleißig Atomkraftwerke. Während in Deutschland der Kohleausstieg auf dem Weg ist, boomt die Kohle im Rest der Welt. Man muss sich zumindest die Frage stellen, mache ich vielleicht etwas falsch, wenn ich diesen Weg als einziger gehe und dabei der einzige Leidtragende bin? Viele deutsche Politiker wissen, dass die Energiewende nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Hier darf die Frage gestellt werden, warum man dennoch die Arbeitsplätze vieler Menschen und eine mögliche Abhängigkeit von Russland aufs Spiel setzt. Aber das ist noch nicht alles. Schauen wir mal auf die Dieselfahrverbote, die die Bundesregierung im Jahr 2018 erließ. Das ist damals eine klare Enteignung der deutschen Autofahrer gewesen. Vergleichen wir mal den Ausstoß von Dieselautos mit dem der Seeschiffe. Die 15 größten Seeschiffe stoßen jährlich so viel Schwefeloxide aus wie alle 760 Millionen Dieselautos weltweit. Auch hier wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Ist es nötig, Dieselfahrer zu enteignen?